Ihr seht heute, ich bin mit meinem Privatchauffeur unterwegs. Schaut ihn an hier vorne. Ihr kennt ihn auch schon. Er hat gesagt, wir machen heute eine Fahrt ins Schwarze. Nein, das sage ich auch. Ins Grüne, natürlich. Und er will mir etwas zeigen, was ich noch nie gesehen habe. Schaut ihn an. Schaut ihn an. Aber ich möchte euch vorher noch einen schönen Tag wünschen. Du weisst ja nie, was passiert mit solchen Leuten. Schaut ihn an. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ja, er sagt gerade, wir fahren da vorne in den Tunnel. Ich sehe ihn da vorne, kommt er. Dann wird es halt einen Moment schwarz. Aber eben. Ja. Ja, schau jetzt. Jetzt sind wir in den Tunnel. Der legt mich da überhaupt immer ans Portemonnaie hin. In den Feistern. Ich merke es doch. Ich spüre es doch. Jemand hat die Hände in meinen. Schau davor, geht die Tunnel wieder rauf. Es wird heller wieder. Oh. Eins, zwei. Schau. Jetzt sind wir wieder draussen dort. Aber ich habe es schon gemerkt. Sie hat noch einen Portemonnaie rumgeregelt dort. Echte Hände, oder? Ja. Wenn du mit solchen Leuten unterwegs bist, musst du mit allem rechnen. Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Zeit. Seid lieb miteinander. Und wenn du mit ihm da vorne ein Ausfälle machen möchtest. Sagt man es einfach. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.